So Freunde, jetzt habt's mich nochmal erwischt. Hier ist nochmal euer gute Launeboy und ganz wichtig Freunde, will ich sagen, wenn man hier so die tollen Wiesen sieht und hinter mir, so hier hinter mir das Heimat- und Geschichtsmuseumshaus in Schoenberg, nämlich das Haus Bühler sieht in seiner vollen Pracht, dann möchte ich hier noch darauf hinweisen, wenn ich dann diese Gebüsche sehe, diese Kulisse, dass man hier nicht einfach, wenn man mal aufs Klo geht, hinterm Baum steht oder so, nein, so dann darauf möchte ich hinweisen, dass es selbst bei uns dann halt ein bisschen weiter zu laufen ist, aber man findet auf jeden Fall Toilettenhaltser, ihr seht, es ist behindertengerecht, es ist für Männlein und Weiblein, es ist für alle eben da und hier dieses, was man früher gemacht hat, hier Wildpinkler unter uns Menschen, hier gießen, das bitte nicht machen, dafür gibt es, wie gesagt, diese Schilder. In diesem Sinne, sag ich, piep piep piep, ich bin raus und sag, das war's, ich bin fertig. Wir haben hier geschätzte noch, puh, 8, 29 Grad dürften es schon noch sein und ja, ich brauche jetzt erstmal was zum Trinken, ich sag Servus, ich will winken. In diesem Sinne, piep piep piep, ich hab euch lieb, macht es gut und tschüss, ich blick mich aus, das war's an dieser Stelle, ich bin raus.